Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist so, wer an ihm mag, Janine? Miezi Falkenberg, immer seiner Zeit ein bisschen voraus, hatte ja auch immer eine große Klappe und die hat er hoffentlich auch immer noch, weil das war Antrieb für ihn, tolle Kompositionen zu schreiben und die dann auch entsprechend auf der Bühne rüber zu bringen, hat auch einige der großartigsten Pop-Hits komponiert und gesungen. Janine, du bist ein Wahnsinn, Janine! Du bist ein Wahnsinn, du hast dich nie an allem verkauft. Janine, du bist ein Wahnsinn. Janine, du bist ein Wahnsinn. Janine, du bist ein Wahnsinn. Du hast dich lieb an allen verkauft Charlie